Hol uns direkt den Sieg jetzt. Wo gehen wir hin, Junge? Alter, du bist der Teufel, du sagst, wo's lang geht. Ich bin einfach nur dein Handlanger. Na dann, folgt mir. Die Animation ist ja schon wieder Rotze, ne? Von den komischen Totenschädeln, die da an den Hörnern hängen. Arschloch. Geil. Wie ich klapp. Okay, da gehen Leute hin. Feindliche Konterdrohnen in der Luft. Oh, hey. Klappe. Bin... Da bin ich die Finger. Was hast du? Nichts. Ich hab mir vor allem versucht, hier die Kette zuzumachen. Aber ich hab so Wurstfinger. Ich kann diesen kleinen Griff da nicht richtig zurückklappen. Konterdrohnen. Konterdrohnen. Da vorne wird gefeitet. Ich geh da rein. Komm, wir versuchen das hin. Komm jetzt, Jungs. Hinter dir ist einer. Der kommt dir jetzt entgegen. Alter. Ja, das ist viel. Team ausgelöscht. ... Hier ist noch einer, hier ist noch einer. das paradies sein was ja alles gibt aber ein bei mir ich bin tot wo da am strand sind welche kommen jetzt richtung die richtung zu uns hinter mir was sind die tod hier oder was einer müsste noch leben also einen habe ich getötet und einer müsse hier noch irgendwo rumlaufen kopfschau nur hell kopfschau kopfschau Aua! 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 Wo sind sie? An der Tür? Aua! Er hat mich! Ich wiederhole, er hat mich! Schieß mal ein bisschen auf die Tür, dann muss ich mich wiederbeleben! Am Strand ist einer! Am Strand? Ja Alter, nein! Links und rechts! Ey, was ist das? Von beiden Seiten! Geh links! Ja, hab ich ja keinen Knock Kannst du hier rein? Wo bist du? Warte, warte, ich komm mal hin Die holen sich hier gerade alle Lodi, ne? Jungs Also alle, die entgegenkommen, werden voll ausgerüstet sein Ach du Scheiße Okay Ja Bin über euch aber seh grad nix Bin über euch aber seh grad nix Und die Daten sichern, bevor sie alles abringen Oh da landet einer! Da kommt einer zu mir! Ja, was ist Knock Alles klar! Cool! Ah, toll Ah, toll Herr von wo? Keine Ahnung Ah da! Die laufen da an der Tanke, ne? Ist Knock Ja Hab ich Um am Gebäude, am Dach landet auch einer bei diesem Gebäude Ja, bei mir ist einer Ja Probier dir zu helfen Marcel Hab wenig Moni Hab mehr Moni Feindliche Drohne aktiv Feindliche Drohne aktiv Irgendwo hier ist einer Jo, jo, da kommt einer runter im Lodi Alter Geil Ach Einfach weg, Knock da Hier ist auch einer runter Ja Ja, lass da hinrennen Ja, ich hab ne Drohne gefunden Junge Kommt gut Da unten Am Eingang Okay, das heißt in dem Haus sind auf jeden Fall welche drin Oben am Dach wahrscheinlich Oder oben am Berg habe ich einen gesehen Boah, ich mach mal Drohne an Geht jetzt in die Sicherheitszone Oben auf dem Dach, ja Die sind auf dem Dach, ne? Warte, mach mal drauf Scheiße Scheiße, am Fenster Der Kälter Der Kälter Der Kälter Der ist schon down am Fenster? Ja Ich bin jetzt oben mit dem Seilzug Da kommt eine Betäubungsgranate Der Kälter Der Kälter Der Kälter Da ist der nächste, Alter Ja Oh nein, über dem Berg Links von mir Der ist grün Ja Oh, auf dem Berg Das lockt Das lockt Er hat sich gecailt Wie hier rein? Ja, weiß ich nicht ob ich da rein will Hier ist keiner bis jetzt Hier doch, einer Hab ich Was soll man? Der down ist Der fällt hier runter Warte, langsam Chill, 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 chill Chill, chill Hast du Granaten? Ja, ich hab den Ich hab den hier unten Schmeiß mal ne Granate runter Hab ich nicht, hab ich nicht Da ist aber noch einer Ja Hm Ich hab nur so ne Kackwaffe hier Scheiße Ey, Schuss Ich geh vor, ich guck, ob hier was abgeht Braucht jemand Wiederbelebung? Selbstwiederbelebung? Hier, ihr könnt hier reinkommen Junge Hm Ich hab Schätzchen gewöhnt Boah, hier ist bei mir nah Marcel, wo bist du? Hier, direkt über mir wird das gemacht Er ist mir vor die Fresse geflogen Von mir raus, schnell Hier ist einer Hier ist einer Hier haben wir gut Ja, kommt noch einer Hat der dir gute Waffen oder so? Hab ich nicht gecheckt Keine Ahnung Ah doch, ja Der hat plötzlich rüber Ich guck mal hier draus ein bisschen Ich guck mal hier draus ein bisschen Ich bin hinter dir Ich bin hinter dir Was auch wenn, dann über uns Ja und aus der Stadt halt, ne? Ich mein Hier, ich geh mal hier die Linie an Ja ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut Ah, da oben wird gefightet Hinten noch ein Berg Hier sind bestimmt noch welche Die Zone kommt jetzt gleich, ne? Ja hier, wir können hier hinter bleiben, Jungs Genau hier hinter und wir sind safe erstmal So, jetzt alle, die sterben sind Wir müssen als Team agieren Wir kommen jetzt zu Oh, hier unten Hier unten Ich hab einen fast noch gehabt Ich rücke hier vor Der ist hier direkt unten Pass auf Vielleicht den Hinterher Freedom Tod Oh, da ist die Zone Okay, komm zurück Komm zurück Ich werd hier einfach die ganze Zeit Von Franzosen immer beleidigt, Jungs Lass hier noch gucken Alle Kopfgeldziele ausgeschaltet Gut gemacht Da auf'n Dach Markiere fein Boah, wechsle ich jetzt auf Scharfschützengewehr? Ich weiß nicht Ich glaub nicht Auf mich wird gesnipet Oder wer snipet? Du? Ich bin auf snipen Achso Ich dachte ich Wir sind hier auf jeden Fall Guck mal, da sind vor viele in diesem Gebäude drin Kommt her, Jungs, kommt her Kommt her Ja, ja, ich hab den gesehen, ich hab den gesehen Ich bin da Wir chillen jetzt hier einfach ein bisschen Guck mal Guck wie die Zone kommt Wir können Da in der Halle sind welche Die hab ich gesehen Da unten auf der Straße Ich hab da hinten einfach Knocked Ich hab einen Knocked Knocked im Wasser Ist egal, lass den erstmal Ja Da ist ein anderes Maid Da ist ein anderes Maid Ey, hier können wir uns hinlegen, dann sind wir noch immer in der Zone, ne? Wo ich bin Ja Hier bei mir im Haus ist halt jemand drin, ne? Oh, ich werd beschossen Scheiße Ich hab mich gerettet, warte Danke Nur noch 10 übrig, der Sieg ist möglich Die gehen hier ins Gebäude locker Die gehen hier ins Gebäude locker Ja, Team ausgelöscht Ich bin hier oben, ich seh die noch Patao, einer scheint hier unten zu sein Oh, ich hör die Die müssen zu uns in die Richtung kommen Freedom leg dich hin und überwache alles Ich empfehle euch die Sicherheitszone aufzusuchen Ich seh keinen Nexo Die sind hier hinter dem weißen Auto Hinter dem weißen Auto sind die Ja Der ist angehittet, der braucht nicht mehr viel Nexo, wenn du willst Fick Hab ich Ah, der hält mich Nein, heil mich schnell Second Ich muss weg Scheiße Der hat mich auch angehittet Alter Ich hab drei Einer noch Einer noch Komm her Bleib ruhig, bleib ruhig, ich hör nix Einer noch, ne? In der Halle Ja, warte Ah, der hat mich Der kommt hier raus Mit Anschluss Alter, was ist denn das? Mit Ansage, ne? Mit Anschluss Mit neuen Skin Mit neuen Skin Mit neuen Skins Klai, ööö, klar, Plunderer. Das tickt man wirklich jetzt nur, wenn man über 10 Kills macht über diesen Tiefel. Lebenskünstler. Ja genial, Junge, er hat einfach 30 Jahre im Dschungel gelebt. Cool, Leute, echt. Holy shit, ich hab meinen Rekord gebrochen. Wie viel hast du? 19 Kills. Boah, warte, ich probier zu navigieren, fahr mal. Probier mal hier in das Haus zu kommen. Einfach die ganze Zeit geradeaus fahren, wir treffen. Ah, warte, Lodi, 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 wo, 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 wo? Hier vorne. Lodi kommt, ööö. Ah, ich werde angeschossen. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Scheiße. Ich hab halt nichts mitgenommen jetzt, ne? Ich schon. Zum Glück. Mein Spiel ist die ganze Zeit voll am Ruckeln, aber. Ich hab nur so ne scheiß Pistole, Alter, was willst du jetzt hier? Ah. Ich hätte schon immer noch gerne meinen Lodi, ne? Sag ich dir so, wie es ist. Du kannst die Tür auch nur so ein bisschen aufmachen, ne? Nur so einen kleinen Spalt. Ja? Äh. Da sind welche? Ah. Rein, rein, rein. Geh, 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 geh weg. Ich hab okay Waffen. Lass hier weg, lass hier weg. Lass hier irgendwie außenrum in die Zone rein. Kein Bockgang gleich. Du bist der Killer. Du bist der Killer. Hey, hinter mir. Ich werde angeschossen. Aua, ah, ah, ah. Du hast angeschossen, aber richtig hart. Ah, ich werd wieder angeschossen. Der andere kommt jetzt reingerannt wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ach, der? Na, gut. Bester Mann, Junge. Bester Mann. Ach, der ist ja. Part, der kommt da immer. Ey, hier wurde einer getroffen vor meinen Dingenschlag. Der müsste jetzt reinkommen irgendwie. Aua, er liegt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel. Aua. Wir könnten jetzt noch einen Lodi kaufen, ne, hier vorne. Ja. Nexo, hier, guck mal her. Ich war gerade beim Lodi. Guck mal, was hat denn? Ich höre was, ich habe was gehört, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Hier läuft doch einer rum, Alter. Ja, der hat eine Mine hier vorgelegt. Das war ich, das war ich. Frizi kommt. Oh, ne. Alter, die wollten ein Schweinchen schlau machen. Geh rein, 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 rein. Alter. Hinter dir, hinter dir, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Ja, ich kann nicht. Ich bin betäubt, Alter. Komm zu mir. Pass da rein, weg. Der kommt jetzt von der anderen Seite, glaube ich. Der kommt. Feinde landen im Einsatzgebiet. Der muss ja nicht gleich sauer werden, Junge. Ich bin einfach betäubt. Ich kann nicht. Ich weiß, ich will mich umdrehen, aber ich kann nicht. Oh, der Feinde. Das ist der, Junge, wieder einschüttelt. Oh, man, ich schluss. Ja, okay, ist doch. Abbruch. Abbruch. Lass ich hier rein, Marcel. Oder da. Sag jetzt schnell was. Bei mir lagst du sowieso ein bisschen die ganze Zeit. Da oben, warum da? Egal, ist weit weg. Ich sag nur, dass wir die nicht vergessen, Alter. Die sind gleich da. Und die müssen zu uns kommen auch noch, ne? Oh. Der Feind setzt deine Konterdrohne ein. Passiere Feind. Hat der mal ne Muni kriegst der gar nicht, ne? Ne, ich bin grad gelandet. Hier ist einer. Hier ist einer oben am Dach. Ich hab mich an der scheiß Wand hochgezogen. Ich wollte nur hochspringen und gucken. Ey, das leckt hier so bei mir. Ich verstehe nicht warum. Verstehe die Welt nicht mehr. Das wieder Auferstehungsfenster schließlich. Chillt einfach. Hier steht ja gut. Hier kommt jemand, glaub ich. Ich hab Schritte gehört. Über euch kann das sein. Ich hab nicht mehr viel Muni. Das ist das ganze Problem. Du hast ja 114 Schuss, Junge. Naja, ich zieh erstmal 5 Schuss daneben. Und da musst du... Verstärkung ist unterliegt, wie du dir ja hier. Ich hör die. Oh, ich hab 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 die gesehen. Oh, ich hab die gesehen. Oh, ich hab die gesehen. Hier. Ich hab die markiert. Lass mal geschleicht vorgehen. Der fightet mit irgendwem. Langsam hoch, Bräder. Markiere Feind. Ist da nur einer? Da ist nur einer, ja, ja. Komm, wir pushen den, Krasser. 3, 2, 1. Ich zieh keinen. Hier unten. Der ist im Wasser. Der kämpft auch da mit jemandem, ne? Ne. Oben. Wo werden wir schossen? Da oben. Alter, ey. Ach, hier ist auch noch einer. Wo kommt der denn her? Ich hab keine Money, Alter. Rechts oben am Berg. Markiere Vorreizkissen sind wieder aufgefüllt. Rüstet euch aus. Immer ausgelöst. Super. Früher, der letzte Chance. Let's Chance. Jetzt oder nie. Wir schaffen das noch mal, ich schwöre. Alles mit der Ruhe. Wir haben nicht die besten Waffen, aber wir haben Team, guys. Ein Feind kommt noch hier hin. Ich wurde grad beschossen aus dieser Richtung irgendwo. Nexo, hier ist eine Waffe für dich. Eine rote, wenn du willst. Halt, geh auf. Halt, geh auf. Halt, geh auf. Ach, komm, ey. Von hinterm. Was? Ich hab... Hier ist noch eine Weste. Oh, Weste würde ich nehmen, Junge. Nimm mal die Weste. Wo hat der dich denn gekillt? Ah! Ohne. Oma, um ein Dach. Einer tot. Da ist der andere. Wo? Geradeaus durch hinter der Palme irgendwo. Ja, hab ich. Ja, ja. Da ist aber noch einer. Da ist noch einer. Hinter uns, hinter uns. Scheiße. Oh, fuck. Ich war geblendet und wusste nicht mehr, was abging jetzt. Nur noch zehn. Es ist fast geschafft. Oh mein Gott. Oh! Gut gemacht. Hammer. Zwei Platten, wenn du schaffst. Geil. Oh, und da ist einer. Und noch einer. Scheiße. Ich hab doch... Ich hab doch... Ich hab doch... Da vorne. Geil. Der liegt. Geiler Typ. Trotzdem, Alter. Da hast du einen... Da warst du einen Ape. Da sind wir schon die ganze Zeit hingegangen. Bei jedem. Lassen wir da nicht mehr hingehen. Wo? Was? Hier nicht. Ja, da, wo du mal gehst. Also lass mal irgendwo da. Ja, let's go. Arschloch. Einfach. Ja, wir waren jetzt... Wir haben jetzt dreimal oder zweimal hierhin angefangen. Ach, wie kaputt. Reicht doch jetzt mal. Guck mal, wie viele da hingehen. Da geht's. Abgehoben. Abgehoben. Da sind Gegner. Nee, hierhin oder so. Da. Wie ihr wollt. Wir werden beschossen. Lass den Tieren auch. Mir reicht's jetzt hier mit dir. Echt? Immer so eine Diva, ne? Nee. Einfach alles kaputt. Nee, da war ich schon zu oft heute. Nee. Das gefällt mir nicht. Das mach ich nicht mit, Leute. Also da könnt ihr allein hingehen, wenn ihr wollt. Aber ich... Ich geh hierhin. Oh mein Gott. Hier war direkt einer von mir. So ein lächerlicher Idioten. Halt immer noch keine Waffe gefunden. Oh mein Gott. Kommt's eigentlich drauf. Oh mein Gott. Es gibt einfach so ein Babyblau und so ein Drohlein der Hand ab. Immer wenn ich nach unten gucke, voll cool. Einfach biebig blau. Also hier auf dem Dach sind welche? Ein anderes Dach glaube ich auch. Ja, dann mach ich mal auf meinem Dach hier einen Mörserschlag. Ja, warte, warte, warte. Okay. Wer ist gelb? Unter dir. Irgendwo unter dir müssten die jetzt sein. Einer hat mich gesehen. Ich hab ihn nockt. Hier. Ah, hier zwei von hinten. Der ist hier. Der ist wieder runtergesprungen, der Affe. Oh, schön, das. Über mir. Der ist ganz nach unten. Ich hab ihn nockt. Danke. Abschluss bestätigt. Abschluss bestätigt, Jun. Hey Junge, wir müssen mehr über die Außenseite kommen, Jun. Aggressivität über Außen zeigen. Komm rein in die Zone jetzt. Ich will das nur sagen, Abstand. Allischivität. Magrischivität. In die Spiel. Ich könnte wirklich von so einer drittligisten Mannschaft der Trainer sein. Von so einer holländischen Mannschaft. Drittligisten. Komm mal, hier ist die Treppe vom Mord erwartet. Komm. Coach. So ein Bomber, Junge. Da kratzt die Lunge wieder, ne? Da kratzt der Hals. Warum hängt das bei mir manchmal? Der zeigt irgend so ein Ding an. So ein roter Mörser, obwohl da gar nichts ist. Ja, den Bug, den gibt es ja auch schon seit das Spiel rausgekommen ist, glaube ich. Den hast du da erfunden. Ja, Mann. Ich habe das erste Mal eine Bombe gezündet und seitdem ist er da. Ja. Du warst der erste, der die Bombe hier gezündet hat. Du warst in Quellquote zerstört. Ja, Mann. Sorry, Jungs. Du warst zu gut und hast zum falschen Moment einen Mörser-Frag gezündet, dass er ewig hier fest bleibt. Du hast es einfach verstanden, Marcel. Also mehr Aggressivität im Spiel. Ja, mehr Aggressivität rein mit dem Köpfchen. Auch mal mit dem Köpfchen reinspringen. Wichtig ist immer aggressiv und wie Ecken gehen. Schnell das Spiel über Außen zeigen. Oh, ich werde beschossen. Warum? Und von wo? Warum? Warum schießt ihr auf mich? Ich habe euch nichts getan. Ich gehe für den Lodi, ne? Ja, wir folgen dir auf. Du hast einen auf der Straße. Dann zeig mir mehr Aggressivität. Ja. Ja, wie für die T-Gate? Hier. Wirklich schön. Ja, ja, ja. Beste Leute, Junge. Guck mal her. Beste Team, Alter. Wir zeigen genug. Schön in die Zange genommen. Wir müssen Aggressivität zeigen, aber auch mehr für die Defensive, Junge. Genau. Und nie vergessen, mit dem Köpfchen zu arbeiten. Ist wichtig. Schnell. Oh mein Gott. Ich habe nicht mit dem Köpfchen gearbeitet. Hier hängt einer an der Mauer. Bei der Toilette. Oh, da zeigt schon wieder jemand die Aggressivität. Aber der... Oh, zu viel Aggressivität. Aggressiv ist ein Spiel. Ich gehe mal zum Lodi, oder? Da war ich auch gerade, ja. Ja, ja. Geht dann rein. Okay, ich habe Aggressivität gezeigt. Ich muss nur noch hier Munition auffüllen gehen. Ist das hier vorne? Munition auffüllen? Wo war die denn nochmal? Ich weiß nicht. Ist die überhaupt hier? Ja, die... Ja, hier. Ja, auch hier. Ach ja, stimmt. Ich kenne die Leute schon auswendig. Ich starte erstmal einen Download. Immer, wie ich mit dem Kopf hier mit arbeite. Immer Taktik auch. So, jetzt bin ich wieder gut ausgerüstet. Lidl. Da wird das auch ein fantastisches Spiel. Oh, wir machen gute Downloads hier. Macht das mit dem Kopf hier. Komm mal her, komm mal her, komm mal her. Komm mal Download. Pass auf. Der Trainer zeigt dir jetzt was, okay? Komm mal her. Ja. Guck mal. Okay. Wo seid ihr da? Dahinten? Hä? Wie hast du das gemacht? Hä? So, mal rein. So, mal rein. So, mal rein. Junge, Alter. Kommt einfach so ein Elch in die Tür reingesiehen. Ja, so, mal rein. Und dann machst du die Tür auf. Oh, mein Gott. Lava. Ja, Junge. Ey. Tatsache, ne? Guck mal, Alter. Du hast doch schon immer einen Call of Duty. Der nächste, ey. Junge, hier. Da kannst du dann schön, äh... Guck mal, hier hat der hier die Tricks raus, Alter. Weißt du? Ja, ja, Alter. Und dann sagt er selbst, der drückt, geh ich kopf. Geh ich kopf, ja. Das Ding ist, ihr braucht das. Ich bin auf diese Dinger angewiesen, so auf einen kleinen Trick. Wir brauchen die gar nicht, ja. Danke. Das gehört mit... Boah, viel Geld auf dem Boden, Junge. Das gehört mit so taktisch zu spielen. Oh, ich bin. Oh, ich bin. Ich bin gestorben und hat... Ah, das war ich, das macht... Das war ich, meinte. Mann, Alter, halt meine Waffen, Alter. Ey, da, 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 beim Boot, da, beim Boot. Wo, 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 wo? Da kam jemand mit Boot aus. Ja, kämpfen, Junge. Kämpfen, Junge. Oben, oben, in der Luft, halt rum. Aber chill, erst... Da kommt einer. Gucken. Da kommt einer, da kommt einer. Wo geht der hin? Da hinten am Roten Haus? Ach, am Roten Haus wahrscheinlich. Oben an der Treppe. Oh, zwei Leute, ne? Einen ist noch, hinten ist noch einer. In diesem roten Container drin. Er ist hier hinten. Okay, einer ist weg. Ich kriege die Sons los. Weg. Nein, der hat mich. Säge. Ja, warte. Komm hier hin. Nein, ich kann mich selber. Ja, warte. Verschwende nicht. Au, au. Warte auf. Wir werden abgeschossen von hinten. Ab ins Wasser. Ab ins Wasser. Wasser ist nicht sicher, wiederhole. Irgendwo schwimmt hier noch so ein Esel rum. Da vorne. Ey, der kommt. Ich wiederhole, der kommt. Ich muss da alles mit Rauch machen. Weg hier, weg hier, weg hier. Geh zur Treppe. Hier ist die Treppe, Leute. Probier zur Treppe zu kommen. Das ist raus. Ich hab den. Geil. Pass auf, von oben sollte jetzt noch ein paar Leute kommen. Ja, wir warten hier. In der Tankstelle. In der Tankstelle ist jemand. Meine Klass-Armine hat den zerstört. Auf jeden Fall in der Tankstelle. Das geht, hier sind bestimmt... Oh, pass auf, pass auf, pass auf, von oben kommt's. Komm nie. 2, 3, 3, 2, 3 Stückchen, da geht er weg. Granate rein. Komm zurück, Wasser. Komm zurück, die haben uns entdeckt. Man, nix, so alt ist so eiskalt. Jawohl, aber da krieg ich Gänse. Man hört nur zu-tu-tu-tu-tu-tu und man sieht nur, wie die da sterben, sterben, sterben. Jungs, ich kann euch ansehen, wo jemand ist. Ich bin jetzt oben. Ich bin schon wieder entdeckt worden. Ja, hier fliegt einer mit so einer scheiß Drohung rum. So, das blendet ja die ganze Zeit, ne? Geh unten. Alter. Rein da, jetzt rein da, jetzt rein da. Krass, krass, krass. Da hinten. Ich bin ja auch nicht mehr. Ne. Irgendeiner schießt auf mich. Ich weiß nicht von wo. Ich weiß nicht von wo. Ich weiß nicht von wo. Irgendwo vom Berg. Lass mal chillen, Leute. Lass mal chillen. Ah, einer ist tot. Warte, warte, warte. Warte, warte. Nein, 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 nein. Schmeh. Boah, der hat... Ah, ich bin ja nicht tot. Alter, Alter. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Hier rein, hier rein, hier rein. Komm, schnell, die kommt. Ich kann nicht. Oh, scheiße, wir müssen ihm helfen, Kosta. Wir müssen ihm helfen. Einer noch. Da kommt einer rein. Da kommt einer rein. Ah, nein. Scheiße, Alter. Oh mein Gott. Ich hatte drei vier Schuss, Alter. Nee, wir haben drei Stücke. Überall sie sind. Ach, du weißt, die sind am... Nee, nicht am... Chill, chill, chill. Ich hab den Head-Trop gegeben. Ich hab den Head-Trop gegeben, der liegt. Ich mach mal Drohne an. Lass hier außen rum. Irgendwo. Oh, ja, genau. Chillt. Ah. Der läuft da rum. Beide Stück. Beide noch? Beide noch? Öööööö. Äh, jetzt hier. Hinter vorne. Hier drinnen war eine. Am Fenster, ne? Genau. Da kommt einer runter. Lass ich mal hier rein? Stattmasse. Okay, kommt einer bei mir. Hab ich. Das ist noch einer oben in dem Haus. hinter uns hinter uns hinter uns ich bin im gebäude wenn jemand kommen kann denn in der ecke wo bist du denn in der ecke unten hier liegt alles was ihr braucht nein 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 deswegen müssen wir ja da unten ja ich höre auch die sind glaube ich über uns am tag glaube ich ich höre volle schritte hier drin ist einer was auch nicht da nicht auch nicht auch da sind scharf sitzen kommt zurück kommt hinter uns er mich holt man der hat die ecke so abgeamt der noten son scheiße 3 leute wie die ratten nicht immer pro gamer okay ich lande natürlich wieder mal richtig scheiße ab und zu wasser aber ich werde sterben direkt am anfang ich werde sterben bis angeschossen oder was ich schieße auch auf den aber wir müssen hier weg leute da lernt mich direkt was für ein aussie keine waffen ich habe den 1 ich habe einen raketenwerfer gefunden ja geh mal dahin alter der versucht den wieder zu einem wasser auf deiner seite dauer ja halte hocken die da was gelass Waffen holen was er eine Monie mehr er kommt ein habe ich wieder auf deiner seite dauer alles mit der pistole gerade an mich noch ich habe euch in der höchsten was hier los kommt hier ihr wixer junge letzte rolle ich bin warm einfach den tunnel mit der pistole gehalten easy game der feind springt über dem gebiet ab auf den himmel achten du bist ja sicher du bist ja sicher du bist ja sicher du bist ja endlich in sicherheit hier ist nur ne maske wenn du willst das maske ne genau hier hinten ist wieder einer bei mir sind welche ja man bei mir sind welche ich komme zu dir mein Freund ich sehe keinen ich habe aber nur ne sniper und ne sproflinte also feinde landen im einsatzgebiet aber ich habe zwei noch oh mein gott wenn wir alle ausgelöchtern alter ja natürlich ich habe auch nen shop boah der hat aber richtig viel aggressivität gezeigt wie du spiel ne aber ohne köpfchen der ist einfach dumm reingelaufen junge ich habe auch zwei mörser glaube ich ja das hier sind die koordinaten eines gestohlenen fahrzeugs zurückholen und auf weitere ziele warten ich werde beschossen von wo von wo ähm ich glaube von der ist nicht wahr der hat mich erwischt der kommt hier rein der liegt am Boden der ist down der ist zurück der liegt ins Wasser der liegt ins Wasser der liegt ins Wasser der liegt ins Wasser cool den habe ich im Wasser ey Achtung wir empfangen Signale von feindlichen Ablinkstationen im Gebiet finden und die Daten sichern bevor sie abgeschaltet werden wir müssen mehr aggressivität zeigen ich gebe mir einen Mörserschlag die Arschficker Junge ich habe einen Mörserschlag du auch noch einen echt? ja ja ich habe eben noch den der davor war ich gehört ja die gehen für den Lodi ne die Schwanzkapsche egal wir haben genug Geld wir können uns selber einen Lodi ey hier Nixo hier ist ne gute Weste für dich noch Lodi 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 der Nutten der ist unten wo ist der denn? im Wasser? unten ja 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 Nixo hinter dir Nixo hinter dir Beste Mittelstürmer aber ich habe jetzt keine Platten hast du noch Platten? äh ja warte muss gut hochkommen ja ich kann der Junge danke danke hier ich habe auch noch Platten ohne Ende ja auch ohne Ende klingt gut nein nein der eine Alejandro zieht hier rein den habe ich aber drei Platten weggedrückt warte ich mache nur einen Prezi dahin schießt den da die ganze Zeit ey der Alejandro der mit Spezialmann wer was? da ist der Alejandro hier die ganze Zeit ja ich habe den getroffen mit Mörser Heimer da ist einer ich habe ihn gesehen der hat mich angescoped hinter uns hinter uns Leute da waren wir zwei Leute ich bin doch gerade raus gegangen wo denn hinter uns? da wo wir waren die ganze Zeit am Eingang da da den Alejandro habe ich angehettet da an der Ecke ich bin tot also ich lieg hier wo? wo? komm mal von irgendwo rein wo du mich komm mal von irgendwo rein wo du mich heilen kannst tja das sagst du so einfach ja ich kann vielleicht oh fuck sie haben ne Alter wie konnte der mich denn töten Junge ich habe jetzt keine Gegner zu sehen Junge kann mich nur hier verstecken der läuft an mir vorbei weiß ja nicht okay die schießen von der ja ach der hat ach scheiße komm ich gar nicht mehr hin oh Kassler der wird über das Kasten oben vom Berg alter der Free sind uns richtig aber probier hier in die Toiletten rein zu laufen irgendwie oder hier in das Haus ach du Scheiße ich werde hier drüber fliegen Junge ich werde hier von überall beschossen da vorne sind die Ecke hier jetzt guck mal der wartet von da einer kommt von rechter Seite Kostler ja ich bin ja erstmal safe hier boah da sind auch welche am Hubschrauber hier auch Fakt Junge das Oben auf dem Hoteldach sind welche lass mal hier irgendwo versuchen direkt wo irgendwo hier in die Häuser okay 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 Oben auf dem Dach habe ich den der liegt da auf dem Dach ich werde beschossen oh nein ich bin tot ne ich überlebe ach du Scheiße da war einer drinnen im Gebäude der Alejandro ach das Gas kommt der Shop ist hier unten oder? ja 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 gut 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 Marcel komm hier irgendwie hin zum Shop warte mal muss ich Kostler wieder kaufen? ne der kommt wieder ich komm wieder ja ok oh und wo seid ihr denn? ich bin Tunnel ach so du bist Tunnel hier ist noch ein Shop hier könnt ihr halt unsere ähm eure Waffen kaufen ne ich komm auch in den Tunnel Freunde Hüft mich Wahh Gesundheit корamba dinke Jungs ich kann doch ºDrohne holen must er zu dieser Monik 6.000 kosten der drohne keine zweiten chance mehr immer kurze 1000 dann kannst du drohnen warum gibt es mir alles jetzt auch so eine waffe ich habe meine tag tag 6 50 wie gesagt sagt einfach nicht die drohne hier ist money wenn ihr wollt warte noch was lassen die zone reingehen wir können schwimmen auch wenn die zone ein hier ist eigentlich okay auch mal drohne jetzt okay die kommen jetzt von da lasst ihr mal ab ja die kommen jetzt ich bin im wasser hier wo ich hätte schon beschossen wir gehen über die brücke und sind im wasser ich habe eine auf der brücke noch ich renne auf ihn drauf dass der alejandro killen da ist ja noch da ist noch eine das noch eine hier hinten er läuft hier vorne irgendwo jetzt hier hinten hier hinten beim haus scheiße dadurch erwischt jungs ins wasser versuch uns aus da kommt ich habe mich weg gesnipe von dem haus sein aufpassen auf der ist da aufpassen warte aber der hat mich zwei stück sind da oben ich habe da cluster main gesetzt er ist low der ist low töte den töte den töte den da gibt es doch nicht er ist voll in meine klasse main gelaufen zweite platz jungen das wäre es gewesen scheiße